7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Start! Also, Stoner Leverace 2015, erste Startloch geht auf die Strecke. Ja, ein riesen Wachbohr-Anfahrer, der in Hose ist wieder gewünscht bei jeder Part der Zeitmesse batte mit Heiden Frank Bender. Jetzt seine Kini wieder mit Zeitmesse raus. Die Pass auf den Bälle im Kopf, alle gewünscht wieder, die Heiden aus Meckabinder in Griesen.